Jetzt sind wir auf... Ich wollte noch nicht auf dem Schiff rauf. Was soll das? Herausforderung schwer. Ach, das sind die Eulen, ne? Aber man sieht halt die Belohnungen, ne? Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich diese ganzen Erlohnungen bekommen. Hier kriege ich halt weniger. Die Anforderung ist auch nur normal. Aber ich kriege halt XP und so. Ich möchte eigentlich die Schlacht machen. Ich habe bis jetzt nur eine einzige Schlacht gemacht. Ich möchte mal noch eine Schlacht. Was, wenn der Schwer vor Wut so heiß wird? Dann muss sie sehr oft wütend werden, damit wir eine Chance haben. Bis jetzt kommen wir ja nicht weit. Dann kann sie ihn nutzen. Ja, und Leute verbrennen. Oder ich fackel mich ab. Das kann ja Ola sein. Wäre jetzt nicht so toll, wenn ich die ganze Zeit brenne. Ich habe gerade überlegt, was ich als nächstes machen möchte. Ich wollte jetzt nicht direkt dorthin segeln. Ich möchte erst die Schlacht hier machen. Ich hatte bis jetzt nur eine einzige. Und wenn wir dafür XP bekommen, wenn wir es überleben, dann... Ja, komm. Und wir kriegen auch Ausrüstung. Mal gucken. Wäre ja nicht das erste Mal. Nee. Nee, wäre es nicht. Fächermann! Fächermann! Er pinselt sie jetzt alle weg. Yeah. Ich finde diese Helme so geil. Der Besen... Ja. Hier sind noch mehr Besen, Leute. Für Erdbeerkuchen! Das ist mein Kriegsschrei. Ich greife einfach alle an. Fängt er gut an, ne? Fängt er echt super an. Ich kriege ihn voll auf die Fresse. Cool, ich bin gleich tot. Hat noch nicht mehr angefangen. Ja, ist klar. Okay. Sie haben mich fertig gemacht. Ich habe auch immer Kreis gedrückt. Ich weiß nicht, warum ich Kreis drücke. Ich will es noch mal probieren. Das war gerade ein totaler Fail. Darf ich helfen? Was greifst du mich an? Ich habe dir gerade geholfen. Was war denn das jetzt? Nee, du hast mich gerade angegriffen. Nein! Ist doch gut. Also soll ich diese Jägerinnen auslöschen? Aha. Sie alle! Gut, ich bin dabei. Du bist mutiger, als du aussiehst. Hey, was soll das jetzt... Was soll das jetzt heißen? Immer werden wir aufs Äußere reduziert. Das tut schon weh. Im Herzen. Was war denn da eigentlich, was du da reingesteckt hast? Das Obsidian-Auge vom Zyklop. Genau. Um ihn einfach zu triggern. Und sie hat es auch geschafft. Aber es ist halt viel Geld, was sie in den Arsch gesteckt hat. Okay, ich gebe mir jetzt mehr Mühe. Ich habe gerade total versagt. Ja, 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 ja. Für Herdbeerkuchen! Und es geht schon wieder los, dass ich getroffen werde. Das gibt es doch nicht. Oh, fuck. Ui, der ist flink. Konzentrier mich mal kurz. Hieraklitus. Der Name kommt mir sehr bekannt vor, auf jeden Fall. Ja, wenn ich angreife, kann ich halt nicht mehr ausweichen. Das ist doof. Ja, wenn ich mit ihm rauskomme. Das ist das nicht mehr ausweichen. Ich bin nicht mehr ausweichen. Wie heißt der? Laodoku. Oh, die haben immer so krasse Namen. Also, ich find die Namen ziemlich cool, aber manche sind schwer auszusprechen für mich. Ja, ist klar. Ich will mich eigentlich nur um die Dicken hier kümmern. Macht halt am meisten Punkte weg bei dir. Boah, geh weg, Dicker. Einfach Metzeln! Da war jetzt eigentlich ein Speer ziemlich gut, finde ich. Geh weg, Dicker. Geh weg! 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 jetzt muss ich echt aufpassen ja ich sage ich muss aufpassen und machst du nicht hier soll ich ein bisschen leben bekommen haut ab ihr looter oder so hier die spekulatius heilido embryos was höhle also ein dick genannt trigger weil sie überlebt habe so ein wunder jetzt mit die leichen ausrauben 15 drachen also super käufliche helden ja ich bin käuflich das stimmt sind ja auch ein seltener ich brauche geld geld das brauchte er nicht mehr ne ob sie auch bordelle und sowas gibt und dass man denn da spaß haben darf da komme ich jetzt gerade voll auf die idee die drachen könnte ich doch dafür verwenden spaß zu haben ja gibt es doch bestimmt auch bordelle oder sowas so was ähnliches halt ich habe eine mission nein spaß also es interessiert mich gerade was ist das hier töchter der rach ach so das war diese aufgabe ich kann ja noch schnell mitnehmen ist ja gleich hier oben ich die kohle habe ich eigentlich muss mal kurz gucken 10.000 oder könnte ich ja eigentlich unser schiff ein bisschen verbessern das wäre doch mal was ganz tolles haben schon ausdauer ob jetzt so please die sind so schlecht und verbesserung machen die das was adres der widerstandsfähiger 130 war so hölle natürlich wo sich das ganze holster bekommen vier prozent maximale schiffspanzerung bei ihr vier prozent schiffspanzerung feuerkraft gewinnt okay ich lass sie mal und deshalb die nervige rammelsporn ja kann ich leider nicht mehr verbessern mir fehlt 215 meine die erste die man hier sammeln können oder was für mich sind die immer sehr schwer zu erkennen wo ich hier holz sammeln kann ohne scheiß ist echt schwer zu erkennen finde ich das hier wahrscheinlich naja 58 du kacke was ein mördervogel sammeln wir mal ein bisschen holz voll die arbeit hier ich finde die wildschweine aber hier viel viel aggressiver und stärker wenn ich bären sehe denke ich jetzt an die bärenhoden wegen den elixier gestern ne wisst ihr noch und da sind die nächsten die mich hier nerven renn weg bitte geh mann da ist ja noch einer renn du bist frei hau doch ab warum seid ihr so doof wo ist mein schiff da vorne pass auf ein bär dankeschön das ist ein survival sandbox ja ich habe irgendwie so das gefühl ich muss halt auch sehr viel holz wirklich sehr viel holz damit sie unser schiff verbessern können pass auf wolf wölfe ja ach wirklich zum glück gibt es keine eichhörnchen die aggressiv sind sonst wäre ich echt trick oh nee das wäre jetzt das wäre eine nummer zu viel wenn jetzt hier wirklich nur eichhörnchen werden die einen angreifen ich liebe eichhörnchen ich möchte die jetzt nicht auch noch verletzen oder töten das reicht schon dass die wölfe hier das ist mir schon zu viel kann ich hier reiten das wäre so cool wenn ich den hier reiten könnte ja huch alter knopf aggressive eichhörnchen wie bei the forest die war nicht aggressiv das stimmt doch gar nicht wenn denn warst du aggressiv und hast sie gejagt ja das merke ich mir physio kürzum ja ich habe alle erza genannt und er hat sie einfach gekillt wahrscheinlich um mich zu triggern oder so dafür ist er einmal gestorben wenn sie nicht aggressiv waren wieso musste ich sie dann erschießen du musstest sie gar nicht erschießen das spiel hat aber vorgegeben dass du material von ihnen brauchst glaube ich war das nicht so oder war das fleisch ich habe keine ahnung die werden mich suchen ich muss vorsichtig sein da liegt eine leiche die ist gerade durchgeglitscht das ist Sparta oh sie lebt noch ist halt nicht hoch genug schade mach die denn da so bezahlung wo ist denn das die quest heißt töchter irgendwas ach du scheiße hier töchter der rache ja Ja, mit Gift wieder. Ihr seid doch eklig. Oder das ist ein stinkes Mock. Was macht das Pferd da eigentlich? Das hat gut eingeparkt. Ich hab das Pferd gut eingeparkt! Ich kann auch mit Gift spielen. Er kann es aber besser. Okay! Okay, ich hab's verstanden, Mann! Ja, dann mach ich doch schon. Ja, ich weiß. Finde ich jetzt aber nicht nett von dir. Hey, mein Blut ist voll geil und so. Der Baum, geh weg! Ich sag's zu einem Baum, der Weggehen so. Alles klar. Der stand mir im Weg. Nein, Pferd! Nein! Es tut mir leid, Pferd, wo bist du? Das Pferd ist weg. Ähm, ach da ist... Hä? Okay, das Pferd triggert mich. Malacca, halt die Klappe! Aua! Nicht auf die Brüste. Die tun wie. Das Pferd hat mich voll verwirrt. Das ist doch runtergefallen. Warum standest du denn auf einmal da wieder? Hä? Okay. Verdammt. Hier drüben ist aber nichts. Eisgefäße gibt's keine Bugs. Habe ich gestern gesehen. Wie vom Soldaten auf einmal die Beine langgezogen wurden. Das ist ja wirklich komisch. So, da die gerade beschäftigt sind, kann ich ja hier einbrechen. Mal kurz hier unten verstecken und schauen, was es hier überhaupt gibt. Ich weiß nämlich gar nicht, was das hier ist. Banditenführer. Aha, den Anführer töten und den Schatz plündern. Hier gibt es also einen Schatz und einen Banditenführer. Anführer. Warum sage ich immer Führer? Ich habe keine Ahnung. Der Schatz ist da. Wo ist der Anführer? Wahrscheinlich... Der hier, oder? Vollstrecker. Hector. Hector! 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 Soll ich es suchen? Achtung! Oh, das sind mir viel zu viele wieder. Ach, da ist der. Ich bin voll vorbeigelaufen. Ich bin so richtig blind. Mega blind. Das ist irgendwo unterirdisch. Okay. Toll, wie komme ich denn da jetzt hin? Gibt es hier irgendeinen Eingang? Ich bin so richtig blind. 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 Ich bin so richtig blind.